Der ehemalige Butler von Prinzessin Deiner sprach darüber, wie sich Prinz Harry und Megan Markele vom Prinzen und der Prinzessin von Wales unterscheiden. Der Hauptunterschied zwischen Prinz William und Prinzessin Kate und Prinz Harry und Megan Markele wurde vom ehemaligen Butler von Prinzessin Deiner aufgezeigt. Paul Böre, der als Butler für die verstorbene Prinzessin von Wales und als Lakai von Königin Elisabeth arbeitete, behauptete, der neue Prinz und die neue Prinzessin von Wales hätten eine besondere Echtheit, die sie von den meisten anderen Royals abhebe. Im Namen von Slinger behauptete Herr Böre, das Paar haben nichts Falsches an sich, während man beim Herzog und der Herzogin von Sussex einfach nicht weiß, was man glauben soll. Er erklärte, diese Echtheit haben auch William und Kate. Ich glaube nicht, dass sie etwas verbergen. Ich glaube nicht, dass sie irgendetwas Falsches an sich haben. Ich denke, was man sieht, ist das, was man bekommt, während man bei Harry und Megan einfach nicht weiß, was man glauben soll. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Lagern. Herr Böre fügte hinzu, dass die gleiche Echtheit bei Sarah und Mike Dindle zu sehen sei, die als weg nach vorn der königlichen Familie bezeichnet wurden. Der ehemalige königliche Butler behauptete, dass Mike es unglaublich gut gemacht habe, die Grenze in der königlichen Welt zu überschreiten, aber dennoch einen Fuß in der realen Welt zu behalten, und merkte an, dass der Übergang für diejenigen, die in die Monarchie eintreten, nicht immer so reibungslos sei. Darüber hinaus sagte er, dass Mike genau die Art von Mann ist, für den Sarah sich entscheiden würde, da sie immer darauf eingestellt war, sich mit jemandem zusammenzutun, der in der realen Welt gelebt hat. Er sagte, Mike Dindle hat es unglaublich gut gemacht, diese Grenze in eine königliche Welt zu überschreiten und dennoch einen Fuß in der realen Welt zu behalten. Er muss sehr ausgeglichen sein, um mit beiden Dingen klarzukommen, denn wie wir wissen, haben die Neuzugänge in der Familie in der Vergangenheit gelitten und es ging ihnen nicht immer gut. Aber Mike, der aus dem Sport kommt, hat unglaublich viel erreicht, er muss einfach ein sehr netter Kerl sein. Ich habe ihn je getroffen, aber er wirkte auf jeden Fall so, als er bei einem Celebrity auftrat. Er schien ein sehr jährdeter, bodenständiger Typ zu sein, aber das wäre der Typ, für den Sarah sich entscheiden würde. Sie würde sich nicht für einen alten Ethenschüler entscheiden, sie würde jemanden wollen, der in der realen Welt lebt. Mike bringt seine Echtheit in diese Gleichung ein und er ist eine große Bereicherung für Sarah und seine Familie. Sie sind sehr glücklich. Sie sagen es einfach, wie es ist, und ich denke, das ist der Weg nach vorne.